Leo, der Lastwagen Schaut mal, Leo, der Lastwagen, fährt die Rampe runter. Er hat wieder neue Teile dabei. Und das ist Leos Freund, Lifty, der Gabelstapler. Er transportiert Blöcke. Das sieht nach harter Arbeit aus. Die Blöcke müssen auf die andere Seite des Ufers. Lifty hat ganz schön viel zu tun. Er muss über die Brücke fahren. Leo, kannst du Lifty nicht helfen? Mal sehen, was für Teile Leo in seinem Kasten hat. Das sind Teile für ein Luftkissenfahrzeug, ein sogenanntes Hovercraft. Luft, Luftkissen, Rumpf, Lenker, Sitz, Schlauchfach, Schlauchfach, Frontscheinwerfer, Gehäuse für einen großen Propeller, Klappen, Oh, was ist das? Oh, was ist das? Das ist das für ein Luftkissen. Und das ist das für ein Luftkissen. Der Propeller. Leo, kannst du ihn suchen gehen? Hä? 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 Schaut mal, was Leo alles bei sich zu Hause hat. In einem der Fächer müsste das Teil sein, das wir brauchen. Und in welchem? Hä? Das ist richtig. In diesem. Wir können gehen. Der Propeller kommt in das Gehäuse. Der Propeller dreht sich und das Luftfissen ist aufgeblasen. Alles funktioniert. Hä? Hä? Es kann sich auf Wasser als auch an Land fortbewegen. Lifty, lade die Blöcke ein. Das Hovercraft wird sie ans andere Ufer transportieren. Prima. Gut gemacht, Leo. Hä? Ja? 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 Untertitelung des ZDF, 2020